Was hat er denn in der Küche gemacht? Äh, nein, 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 während einer Oberhausdebatte hat man ihn tot auf seiner Bank gefunden. Wie hat er sich da von den anderen unterschieden? Hier ist sein Dring-Tankchen mit Salander auf. Nicht ernst, das ist nicht ernst gemacht, das ist jetzt auch ein Zickfunk-Ironie. Das ist ein heller Moment. Wie hat er sich da von den anderen unterschieden? Genau. Danke. Vielen Dank. Es war sein Herz. Es war sein Herz. Von einem anderen konnte es ja nicht gewesen sein. Die Sache ist, wie ich jetzt bereits ihre Nichten gesagt habe. Nein, nein, sie sind nicht meine Nichten. Sie sind die Töchter von Harrys Bruder. Ich hatte ein Herz. Ja, ich hatte den Kopf. Ich hatte das